Rapper machen jetzt auf Bausta aus einem Real-Life-Pisser Für mich war Rap schon immer Competition Jetzt seh ich nur Fotzen spitten und mir bleibt nix übrig außer Songs zu skippen Yeah, fuck is okay, kann ja sein, dass du ein Rapper bist, doch natt, digga, nee In deinem Game hast du ja echt krass aufs Chef, aber was machst du, wenn ich auf den Reset-Button press Yeah, fuck is okay, kann ja sein, dass du ein Rapper bist, doch natt, digga, nee Bleib mir weg mit eurem Audio, seh ich nur Fotzen spitten und mir bleibt nix übrig außer Songs zu skippen Yeah, fuck is okay, kann ja sein, dass du ein Rapper bist, doch natt, digga, nee